Wenn du jemanden wie mich verhaften willst, musst du den Tod in Kauf nehmen. Mein Navy ist kleines Kind. King Murdoch. Murdoch. Der ist ein bisschen groß in dem Spiel, ich hab den schon gespielt. Sehr riesig, kommt der rüber. Und der ist auch sehr langsam, aber sehr stark dafür. King ist auch sehr interessant. Okay, das wollen wir doch mal sehen. Wow, wie konnte er mich denn einfach so wegrammen mitten in der Kombo? Kann man nicht senden, ne? Damn. Launcher verfasst im Clarebone. Oh mein Gott. Der hat gesessen. Sack hoch mit dir. Mein Gott. Zu langsam. Das ist sein Konter, können wir ausdecken. Zu wacke ist sogar. Oh shit. Der Immun! Schlag wohl wegstecken. stecken. Back mit dir. Ja, steck den Schlag weg. Shit! Wow! Was ist das? Wow! Direkt reingerannt, mich gegriffen. Aber so viel Energie! Wies! Wow, verpasst. Ich hab noch gar keine Cross-Ups versucht, wenn ich ehrlich sein soll. Mit Tekken-Charakter, dass das geht, ist... Ach, aber mit dem Strider-Charakter, dass das geht, ist ja toll. Oh, das konnte ich kombinieren doch. Sehr schön! Oh, das war's. Oh, das war's. Sag Katsuya, nur ein Feindling versteckt sich hinter einer Maske. So sieht's aus. Zangief! Rufus! Oder auch Zangief. Weltraumtornados! Oh mein Gott. Denk ich, es ist wirklich... ...pischstark. Oh. Hoch mit dir. Geil kombiniert mit der Armknacker am Anfang noch. Oh Gott, meine Recording ist doch gesch... ... gerade hier rum. Guck. Genau das war's, eigentlich ist das genau. Ich versuche das auch. Noch nicht nur, ein Teil zu separieren. Egal den Kasten zu meinen Schrafverlern. Das war's für's für eine Spiegerwahl. Nix da! Nix da! Und nochmal! Bitte noch eins! Mein Gott, der Computer steckt grad ein! Alter! Okay! Embeißen Yuri! Hört sich nach der letzten Stage schon! Wow, Yuri! Sehr sexy! Gute! Du bist so aufgeregt! Du bist so aufgeregt! Das ist nicht so gut. Oh mein Gott, die haben sogar die Form. Ja. Ich fasse aber das meistens. Nicht immer, aber meistens. Ja, kam nicht nah genug dran. Manchmal gehen die ein bisschen nach hinten, wenn man die Form nur zu lang macht. Diese Form kann man anwenden. Runter, runter und dann noch irgendwelche Taste. Wenn man das dann nicht in einer bestimmten Zeit so gut schafft, den Gegner zu besiegen, ist die Runde verloren. Yeah. Wow. Oh, mit der. Ah, nicht vorbei. Wurfrange ist auch sehr eingeschränkt. Wurde ich sehr komisch. Das Spielfälle ist viel weiter. Hier ist die super kurz. Würfel machen nicht so viel Schaden, aber es geht. Da muss man so. Ich komme mir nah genug dran. Doch. Anbet. Kann ich verstehen bei den versauten Konfos. Cool. Da sind sogar alle stehen geblieben. Ich weiß nicht, dass es doch mal ein Mobiles sind. Eigentlich mögen sich Katsui und Erchi nicht so. Akuma zum Schluss. Ipsche Musik. Akuma sieht richtig aus. Er wuchs dir ins Gesicht. Eieieieieieiei. Oh shit. Gut abgefangen. Ich habe so das Gefühl, der Computer sowieso cheatet mit seinen ganzen Counter-Aids. Ah, mit dem Controller ein Uppercut rauszukriegen. Das ist für mich ein kleines Kunstwerk. Weg. Mist. Schön. Ah. Schön. Ein bisschen eher aufstehen können. Ja, schön. Danach zu kombinieren, fällt mir irgendwie ultra schwer. Oh Gott, der konnte sich nur mal aufstehen. Oh Gott, der konnte sich nur mal befreien. Ist ja längst. Verarschen. Geht doch. Aber einer ist sauer. Gott. Gott. Was ist so, Menka? Der trifft doch noch. Ja. Wow. Arsch. Ja. Er dreht jetzt aber mal richtig auf, ne? Er regeneriert sich auch noch. Oh, ich muss wegstehen. Nee. Ah, verpasst. Ah, da schickte. Boah, ich könnte wegspringen. Oh shit, ich kann jetzt mal nicht wegspringen. Ah. Obst der da machen kann. Oh shit, der ist wirklich extrem lecker. Jao. Wurfe zu tanken ist auch gar nicht schwer. Man sieht das nicht so, wenn die so nahe stehen. Abgefangen. Das kann doch nie wahr sein. Boah, ich sollte wirklich am Vermitter haben, meine Kombos zu planen. Boah, der geht ab. Boah. Das ist unmöglich. Unglaublich. Cheaten an Computer. Der weiß immer, was ich mache. Ich komme reingelaufen, greife ich mir direkt. Schon wieder. Da macht überhaupt keinen Sinn zu springen. Das ist ein bisschen schade. Das ist schon krass, wie der Computer am Cheaten ist. Der weiß immer, was ich mache. Das ist ultra mies. Weil Street Fighter war schon immer so. Macht das Spiel unnötig schwer. Die erste Runde, die war wirklich beschissen einfach. Super. Mal sowas von nochmal, die beiden. Vielleicht mal so. Zwei mal ein bisschen mehr aus. Zwei mal ein bisschen mehr aus. Oh Gott. Das ist das nicht trifft, das zweite Mal. So nerbtönen. Verpasst. Was? Erste Runde ist ultra und einfach. Den kann man mit ihm machen, ob man will. Jetzt wird er gleich aufbauen. Ich will, dass der das gleich... Okay, hat er fast laut. Nein, er wollte mich greifen. Zwei mal ein bisschen mehr aus. Jetzt wird er почти diese coated haben. Vielen Dank.